so da sind wir wieder auf daisy namals namals so ich muss schon wieder was trinken bei der dickstabelle dann mache ich das gleich so viel habe ich gar nicht dachte ich habe mehr zu trinken so dann schauen wir mal kurz um hier bevor wir das gebäude verlassen ich möchte denn nämlich lebendig aus diesem gebäude raus ok was haben wir hier eine map 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 eine frag grenade schmeiß mal die rauchgranate weg soll ich schon zwei frag grenades trotzdem wäre mir eine map sehr recht und was haben wir hier ein akm magazin hier liegt noch was zum süffeln rein damit Alice pack wäre nice ein rucksack i want a pipi master i want a rucksack ok dann schauen wir doch mal an ob diese ob man mit diesen gebäuden interagieren kann ey sogar hier liegt loot hier ist ja überall was ok scheinbar kann man mit diesen häusern nichts machen mit diesem auto kann man auch nichts machen schade Leute das explodiert ich schieße mal lieber nicht drauf Leute ich werde beschossen Ah von da sterb wieder weg So ein Arschloch Leute ist der jetzt auch gestorben? Alter den habe ich ja ähm ok und gekickt wurden wir auch noch Scheiße Hallo ich bin der der ToDo gerade abgeschossen hat ich habe ein winzig winzig mini wini wini kleines Säckchen verkleide mich nachts heimlich als Frau und bin jeden tag auf dem arbeitsamt weil ich ein sozial schmarotzer bin hehehe so frisch gespawnt Worguta so viel kann ich lesen ähm es ist aber nicht da wo ich abgeballert wurde oder doch doch das wird es gewesen sein da werde ich gerade drauf gegangen sein na gut wenn der andere auch tot ist vielleicht finde ich ja tatsächlich meine Leiche wieder und da laufen wir auch sogar auf ein Türmchen zu ein ähm Jägerstand keine Ahnung wie ich die Dinger jetzt nennen soll ein Hochstuhl glaube ich Hochstuhl habe ich früher mal dazu gesagt das war kacke Mensch zwei Minuten waren wir gerade am Leben und da wurde ich auch schon weg genutzt aber ich bin mir sicher der ist auch drauf gegangen Schauen wir mal ob wir hier Glück haben Oh meine AKM ich hatte so viel Munition zack 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 ne Bandage ne da versuche ich lieber meinen meinen Leichennamen wieder zu finden also an der Kirche bin ich nicht vorbei gekommen dieses Baustellenhaus müsste ich wieder finden dann würde ich wahrscheinlich auch anhand der Fliegen meinen Körper wieder finden dann kann ich ja auch gleich rennen so eine Coke Bandage äh Bandage Mensch Painkiller und hier fressen pain und trinken und hier liegt nichts ich bin mir gespannt ob ich das wieder finde haha du kommst ja nicht rein so Zombies sind schon mal da vielleicht habe ich ja Glück und bin doch schon in der Nähe da leiten mich die Fliegen und dann leiten mich die Fliegen und dann leiten mich die Fliegen da war ich glaube ich auch nicht da war ich glaube ich auch nicht kann man rein da kann man durch könnte ich denn gewesen sein da ist ein Kran wäre ja naheliegend wenn dort dieses Baustellengebäude ist Leute 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 ok und ich glaube ich war hier was macht der fährt der weiter der haut ab da kann man auch rein dann dann Moment ich habe noch ein Auto gesehen und dann müsste es irgendwo kommen das ist nicht das Auto bin ich dann da lang nö das ist es auch nicht ach scheiße ich frage mich gerade wieso ich das Motorrad erst zu spät gehört habe jetzt Leute achso ich bin in die Richtung gegangen hier ist das Auto ne ne scheiße haha wo bin ich lang hier glaube ich aber ich höre nicht mehr fliegen aber ich höre nicht mehr fliegen das war doch hier wo ich gestorben bin das war doch hier wo ich gestorben bin das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein kann ich mich hier irgendwo verstecken ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen und schau mal kurz in der Aufnahme nach so ich habe nachgeguckt das war uala lala scheiße es war genau da wo ich stand hier bin ich gestorben und hier ist der gestorben ich check's nicht ich habe auch nicht den Server gewechselt ach kacke nein da geht dieses Gesuche wieder von vorne los ich geh mal dahin wo der Kerl mit dem Motorrad hingefahren ist Leute komm schon nein nicht ich habe links die Leiche liegen sehen ja ich brauche Benzin haha ich habe ein Motorrad Habe ich da jetzt ne oh oh warte ich geschossen werde ah no hier bin ich also ich haue jetzt erstmal ab hier ich fahre jetzt gerade im Kreis ich weiß drum mache ich mich jetzt erstmal aus dem Staub oh shit quer durch die Pampa muss ich jetzt Leute ich versuche jetzt mal raus zu kommen und dann Sprit zu finden und dann Sprit zu finden ha 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 aber geil da ist die Kirche Scheiße ich hätte da drin suchen sollen ich brauche Benzin ziemlich dringend hat so ein Motorrad Gier ja ja nein exit Gier keine Churiken wenn ich jetzt halt wüsste dass wieder was in der Nähe kommt aber ich glaube nicht dran ich muss es probieren ich muss es probieren ich muss in der Stadt Benzin finden vielleicht werde ich dieses Baustellenhaus nochmal finden könnte da würde ich bestimmt eine Churiken finden oder eine Tankstelle ist das Kaff wieder zu Ende ja ach ach scheiße jetzt bin ich wieder da hinten hab ich aber da nicht irgendwo dieses Baustellenhaus gefunden da hinten ist es doch da stelle ich mich mal hin so hoffen sich hoffen sich hoffentlich lohnt sich das auch jetzt Wurde ich jetzt beschossen? ich meine gerade einen Schuss Gürzheim aber ich bin mir nicht sicher so ganz perfekt habe ich das Headset noch nicht eingestellt da eine vielleicht eine noch dann wäre ich glücklich das hat sich angehört wie der Motor vom Motorrad noch eine so so die ist im Rucksack oh man schnell runter hallo 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 loch scheiße und noch am bluschen ja jetzt wurde ich beschossen ich weiß weder von wo noch von wem und vor allem ich kann mich nicht mehr wehren versuche jetzt einfach lol mit mit meinem Mofa abzuhauen und tanks dann später oh bitte überlebt ja tschau du Arschloch tschau du Arschloch so hat es gemacht ich muss hier mal wirklich gleich mal dringend tanken so komm da jetzt er einmal einmal und nochmal ich höre AKM Schüsse aber die waren zumindest vom Geräusch her noch weit weg Leute der hat Engine Parts achso das war das Gear vom Motorrad ja egal ist halt noch ein Kanister drin freut sich der der mich killt dann und dann dann schauen wir mal wo ich eventuell was zum schießen finden könnte dann kann ich euch die Map gleich noch ein bisschen zeigen kann ich euch die Map gleich noch ein bisschen zeigen voll Gas hier voll Gas hier voll Gas hier so dann geht also falls das die Schneemap gewesen sein sollte und hier ziemlich wenig schnee Was haben wir da hinten? Ob ich da eine Waffe finden könnte? Oder werde ich dort meinen Tod finden? Habe ich da Schlüssel gehört? Schon wieder. Was hier ständig rumgeschossen wird. Da. Da verstecke ich mal mein Motorrad. Also, verstecken, ne? Ha, ha, ha. Also, wenn ich jetzt hier noch eine Waffe finden würde. Dann wäre ich sehr glücklich. Noch eine Cherrycan. Ich nehme halt noch eine zumindest mit. Nein. Ich denke mal, ich werde hier wohl keine Waffe finden. Was haben wir hier? Also, zusammenbauen könnte ich hier ein neues Motorrad. So viele Teile wie hier rumliegen. Ah, ne Hatchet. Ne unsichtbare. Die nehmen wir natürlich mit. Hey, shit man. Hey, shit man. Da ist ein Spieler und der hat, glaube ich, ne Waffe. Hat mich gehört, aber noch nicht gesehen. Da ist er. Hey, shit man. Gib mir dein Loot. Gib mir dein Loot. Blute, Wichser. Ich lass dich verbluten. Ich treff dich. Lol. Jetzt bricht er mir die Beine. Ich will doch Motorrad fahren. Auf jeden Fall trifft er mich nicht. Was für ein billiges Axt-Battle, ey. Scheiße. Mein Motorrad. Nein. Und da wurde ich wieder gekickt.